Der kann jetzt ein bisschen mehr wieder, aber die sind alle noch im Video. Ich bin natürlich wieder einer, der fortcharged und angreift. Der hat diesmal kein Schutzhilft, so wie der Erste. Allerdings ist der jetzt etwas härter. Wo ich verliere hier... Das sind diese Drohnen, von denen ich sprach. Die müssen gedowned werden. Wenn die nicht sterben, explodieren die. Fallen so eine Art Meteor vom Himmel und die machen Schaden, das ist nicht gut. Deswegen, kaputt machen auch, das geht am schnellsten. Da habe ich einen Laser abbekommen, da droppt auch so einer auf dem Boden. Das musste nämlich nicht sein. Aber jetzt gehen alle nur noch auf die Ulti-Waffe und lassen den Rest in Ruhe. Das werden auch wir machen hier. Kann im Prinzip das gleiche wie die andere auch. Nur halt mit mehr Bumms. Diese Drohnen sind nerviger. Mehr ist das nicht. Während die alle auf die Ulti kloppen, kloppe ich auf die Drohnen. Da kommt wieder ein Meteor vom Himmel. Jetzt setzt die ultimative Waffe ihren Ulti ein. Das heißt, wenn man sie jetzt nicht down macht, ist vorbei. Swipe. Aber wir haben sie down gemacht.